Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf diesem neuen Video. Der Rapper Jamule wurde vor einigen Tagen in einem Autounfall verwickelt, ja. Und zwar geschah dies an einem Samstagmorgen mitten in Berlin. Unterwegs war der Rapstar mit der Schauspielerin Luna Schweiger, richtig gehört, die Tochter von Til Schweiger. Nach einem Partybesuch soll das halt passiert sein. Ja, Jamule hat sich dazu geäußert und zwar hätte er wohl zusammen in einer Bar gechillt. Und nach dem Unfall habe er wohl Luna aus dem Wrack geholfen. Also es scheint wohl wirklich ein krasser Unfall gewesen zu sein, dass er sie geholfen hatte. Und naja, sie hatten ein wenig Angst gehabt, dass sie irgendwie bekannt werden oder dass jemand es merkt, dass es die beiden sind. Und sind dann wohl rausgeflohen, ja, geflüchtet, ja, von der Unfallstelle. Und haben den, äh, Fahrer, der gefahren ist, äh, gebeten, er solle doch auf die Polizei warten. Äh, leider ist der Fahrer abgehauen, äh, somit war Jamule ziemlich sauer. Und, ähm, ja, jetzt hat er auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Ärger am Hals der Jamule, so wie auch die Frau Schweiger. Ja, Freunde, das war meine, äh, Reaction, oder besser gesagt, mein, ja, Video dazu. Ich danke euch auf jeden Fall für das Zuhören. Ihr könnt natürlich den Artikel euch überall im Netz durchlesen. Alles klar, ich wünsche euch was. Peace and out.